Ich habe Mohamed kennengelernt. Ich bin in Südhampton, ich glaube, zwei Monate vorhin. Wir hatten sehr gute Gespräche. Und für ihn, für dich zu verstehen, wird es länger dauern. Es wird länger dauern. Ich habe keine Zeit, ich möchte nicht über ihn sprechen. Vielleicht ist es seine Entscheidung, wenn er zu sprechen will. Aber als Outsider ist es leicht zu sagen, er will nicht kommen. Aber es gibt viele Gründe. Und ich verstehe ihn für seine Gründe. Und ich freue mich sehr, dass er Zeit für mich zu erklären, seine Gedanken zu mir. Und ich hoffe, dass das Zeitpunkt kommt. Es wird kommen. Er will spielen. Für Ghana vielleicht nicht in diesem Moment, aber ich denke, dass sie kommen. Ich denke, er hatte eine sehr, sehr gute Leistung. Und die Leute, die kritisch sind, müssen sie denken, was sie wollen. Garnet gewinnen oder verlieren? Wenn sie Garnet gewinnen wollen, können sie weiterentwickeln, mit unseren Spieler zu kritisieren. Vor dem Spiel. Und vielleicht machen sie nervös. Ich weiß nicht. Sie wissen, dass jeder Spieler anders ist. Aber wenn sie die Nationen helfen wollen, müssen sie mit guten Lösungen kommen. Wenn sie wissen, dass sie mit dem Spiel gewonnen haben, können sie mit guten Lösungen kommen. Aber andere Dinge sind nicht hilfreich. Und ich denke, das ist für mich... Ich denke, das ist die Message, die ich möchte geben, ist, wenn Sie wirklich wollen, uns zu unterstützen, oder die Spieler besonders, dann können Sie kritische Dinge, die wir vielleicht auf der Piste haben. Wenn Sie das wissen, können Sie so sagen. Okay, das ist gut. Aber einfach sagen, ich weiß nicht, dass es schlechte Dinge über ihn nicht helfen, dass jeder Spieler eine gute Leistung geben. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass er das alles ausgelöst hat. Und er hat seine Besten. Und er hat, ich glaube, ein oder zwei unglaubliche Saves, die uns in diesem Spiel gewonnen haben. Und ich bin sehr, sehr glücklich für ihn. Nicht nur für ihn, sondern auch für ihn. Es gibt andere Spieler, die viel zu tun haben. Und ich denke, die Medien müssen sich über ihre Rolle denken, wenn sie wirklich wollen, Garner zu qualifizieren. Denn dann müssen sie denken, wie zu kritischieren, ohne ihre Leistung zu haben. Denn das, was sie tun, was ich habe gehört, und was ich habe gehört, von einigen Spieler, ist absolut nicht hilfreich.